Ja, okay. Vielleicht bringe ich wieder ein Instrument mit. Was soll ich denn mitbringen, eine Flöte oder was? Flöte. Ah, ich habe noch etwas Flöte. Jetzt habe ich extra hier noch die Projekt. So. Ich habe zu Hause, weil ich sie nicht mitbringen konnte, meine kleinen Geigen fotografiert. Hast du? Wo viele? Das sind jetzt die drei Geigen. Ich habe gewachsen. Ich war mal auch so klein wie ihr. Und dann habe ich so eine kleine Geige, die spielt eine Kinder-Geige. Sag mal. Schau, sag. Wolltest du sie mitnehmen? Ja, soll ich sie mitnehmen? Ja. Okay, ich bringe sie nächstes Mal. Und da ist eine mittlere Geige. Und da ist die größte Geige. Und das ist die größte große. Das wollte ich euch noch zeigen. Das kann ich nächstes Mal mitnehmen, die mittlere oder die kleine. Eine. Eine. Und da könnt ihr dann drauf, das ist ungefähr eure Größe von den Händen und so. Bist du ja diese größte Teile, dann könnt ihr die hier mitnehmen. Bist du ja. Und dann könnt ihr sie dann ausprobieren. Ja? Ich bin die kleine. Du bist die kleine. Und dann schauen wir, ob wir beide mitnehmen. Das weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Mit der U-Bahn. Mit drei Geigen in der Hand. Mit der Schaffe weiß ich nicht. Da musst du halt eine tragen und die kleine oder zwei. Aber ich bringe sie mit, ja? Ja. Aber ihr könnt es ja dann das nächste Mal wieder. Ja, ich bringe eine Geige, die kleine mit oder die mittlere mit. Das nächste Mal wieder eine, wenn ihr kommt. Also jetzt erst einmal einen Applaus an unsere Musiker. 해� sie. seventy. Danke. Danke schön.